ja gut dann geht das nicht weiter kommen ich werde mal gestört ja was egal so los geht jetzt aber hier kommt spaß haben ohne hilo ohne jeweils nur zu bekommen ohne weiß loot zu bekommen eigentlich entschuldigung so machen wir mal heute einzelren ne ne das genau sorry entschuldigung ja hallo mensch machen wir mal fünf runden aber ich habe gesagt ja das habe ich gesagt genau das habe ich gesagt hier hallo ja ja mach doch einfach jetzt was ich dir sage nein ich wäre leicht dankeschön wir sind hier rein ja ja dankeschön 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 party für let's play crash the world sei nicht gefühlt ich habe eigentlich schon was gesagt also ich habe ich schon gerade gesagt hallo und herzlich willkommen aber muss ich rausschleiden muss ich rausschleiden leider weil das leider nicht geklappt hat hallo schon zu sagen und es war einfach alles gerade doch aber ist egal wie in dieser doofen einstellung gerade aber es geht schon alles noch wir beruhigen uns das ist alles gut ihr leben ist alles gut deswegen geht alles los ihr lieben auch wenn es ein bisschen doof war gerade wenn ich hier der andere mal eingestellt habe aber es ist gerade los geht's alles gut wir machen es ganz gut so wie es gerade ist alles gut so vielleicht wäre auch besser wir gucken mal ach mensch besser wäre wenn es geht vielen vielen dank was soll es eigentlich schon wieder was soll es eigentlich schon wieder von der fuchs seine strafe kriegst du zurück so weiter geht's ich kann nicht teuren verdammt nochmal ich habe hier fünf autoren spiele in meinen besitzer und ich muss noch das aufwendig können ja als online ist also schlecht mit mir also schlecht und ich erreichen will ja okay aber die mucke ist trotzdem gut die mucke ist alles gut sehr gut warum sind da ratten warum sind da ratten auf dem auf dem feld und nerven mich alles okay ich habe heute bloß auch noch eine kopf wieder geöffnet kommen weil mir dachte komm ich muss mal was anderes tragen nicht mal meine haare weil die haare sie heute ein bisschen doof aus dann sparen es eigentlich nicht aber ich will trotzdem mal irgendwas machen auf spaß zu behalten na genau genau kann man sagen alles gut okay schade aber sehr real ist okay ist okay ist okay alles in Ordnung immer diese scheiße na alles egal komm kein problem ich hoffe ich habe jetzt spaß wird halt ganz ganz wichtig ist meinem in meinen ganzen organ dass ich auch wirklich ganz ganz viel spaß habe mit diesem geilen game hier und ja ich glaube ich habe viel spaß glaube ich jedenfalls glaube ich jedenfalls glaube schon dass ich irgendwie spaß haben kann dass ich gerade die auch von habe da habe ich glaube ich auch glaube ich jedenfalls doch also okay ja ja auch mit ich doch nicht nicht ich doch nicht du kriegst du kriegst du ich selber schuld selber schuld oh gott sorry ja egal ist alles gut kein problem kein problem kein problem doch kein ding aber die roten die ratten helfen mich echt total die ratten die nervt mich so was von hart weil mich immer die rempel mich immer an leberrempel nehme ich einen gleich immer ich weil ich irgendwie gehe heißen bin oder was kann ja auch sein naja egal mach mal eine schöne runde wenn es geht ja vielen dank dankeschön das war ein ganz guter treffer auf jeden fall vielen dank ja dankeschön ja was soll doch schon wieder was soll das schon wieder hier nachkommen auch gar nicht mehr kämpfen um einen ersten platz aber ok ja ja sehr gut sehr gut und dann nicht für diese ratten die nervt mich total weil die mich jedes mal die rempel mich immer an da immer ich na und anderen glaube ich weiß ich sowas nicht na an sich bewusst das kann man sagen dass die anderen glück haben und ich und ich habe also kackpech aber in ordnung weiß ich habe ich auch gesagt habe spaß gemacht hat sehr sehr lustig also vielen dank für eure aufmerksamkeit jetzt schon mal hier von gewächter übersehen nicht gefühlt und bis zum nächsten mal gleich geht es weiter bis zum nächsten dann brennen mal nicht meine güte immer gleich hier ist okay so meine frisse welche gestört er ist doch so unterschiedbar oder meine güte nein so einfach ja so ja ja guto sorry so 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 Was ist das? so jetzt freue ich mich da denn drauf meine ich bin aber kein russer, aber ich kann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja ist egal. Ja klar. Aber alles ok. Alles in Ordnung. Aber sonst ist es ein ganz guter Schritt auf jeden Fall. Oh Gott, ne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und tschau ihr Lieben. Ja. So ist es ok. Tschau tschau.